ich würde immer noch gern gegen nach typ sortieren oder so das kann sie auf jeden fall verwenden schutzkreis so und jetzt nach weißblatt gucken nein da weißblatt konzentration wille für so und so viele sekunden und danach haben wir den abzug so sein intellekt ja aber ich sehe nicht das weißblatt hier dauernd nachteil hat ok lenkraffs zauberspruch in die öffnung hinein lassen du sprichst den zauberspruch erkäst dabei die stimme die über die gesamte länge des schlauchnetzwerks wieder hat kaum als seine eigene nach einer verlangen pause hörst du einen chorus gequälter schreie die hallen der sammlung anfühlen es spricht schwung von ab und erneut herstille die gefangenen der sammlung sind tot lenkraft dürfte sich freuen teil ist jedoch wahrscheinlich enttäuscht so das heißt wir nehmen wieder denselben weg dieses mal kümmern wir uns um das kind wenn es noch lebt und wir mal kurz ob wir sehen ob sie bibliothekare auch erwischt hat plünderer der vision ja und sie nehmen lagufetz ausländern das sehr schön ach ja und hier war wohl unser verschleierter magier drin und ja jetzt gibt es hier überall ja jetzt sind alle hier noch übrig auch wenn das jetzt auch nicht gerade schön ist aber das ist jetzt eher ein gnadentod würde ich sagen als sie auf die welt loszulassen total wütend und verstört so sieht aber nicht so als ob das kind gestoßen ist wäre ne so warten wir mal bis unser sichtigen auf null fällt alles was wir gegen das kind haben gegen das kind ich kaufe das kind tot ist verschwinden die seelen ja hey watch it with that recht ansehen die eingebildeten freunde sind wahrscheinlich ein bisschen schlimmer und ich glaube wir sollten versuchen in der tür zu kämpfen dort können sie uns da nicht so viel anhaben irgendwie kommt es mir auch so vor als ob die freunde kopien von uns wären fast warum bist du bewegungsunfähig ja ja okay das hilft auch nicht wirklich ich glaube wir müssen dahin wo der magier spawn und den als erstes töten oder den leuten ihr zeug wegnehmen vielleicht nicht ich weiß es ist es ist es 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 Heiliges Opfer. Heiliges Opfer. Heiliges Opfer. Heiliges Opfer. Äh, Fenrir totstellen. Okay, Hagrim. Heilung. Okay, ihr beiden Haltung? Okay, das war Aluf, nicht Kurt Entsagung hilft nichts Du hast leider keine Heilung mehr, du kannst dich nochmal mit einer Steinhaut schützen Äh, Eder, hau den mal um Äh, wie lang wirkt? Ach, hast du schon hinter dir, heh, heh Jetzt ist sie frei, das ist alles was zählt, oder? Geisel von Bezelo, Armbrust Ah, ist also am richtigen Platz, aha Äh, auf den Eingang der Sammlung Gut Ja, das haben wir Kinder löst Ich wüsste nämlich sonst nicht, wie wir es aufwecken sollten Sie wird ja sofort aggressiv, wenn wir in ihre Nähe gehen Wir können nicht mal mit ihr reden Ja, Seemann wurde getötet Halsabschneider, alles getötet Warte, hier drin lebt noch alles Okay Okay Hey, hey 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 Ja, die sind jetzt alle tot. Irgendeine Notiz. Ich glaube, die hatten wir schon gelesen. Und so wie es aussieht, sind auch die Ratun nicht tot. Nein. Okay, das können wir nicht. Aber das. Get it together. Das ist alles, was ich kann tun. Da ist ein Wollopin. Das 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 ist ein Wollopin.